Spitzenspiel am dritten Spieltag in der Preiseoberliga Sächsische Schweiz-Ostwärtsgebäude. Heute am 26. August 2017 stehen sich der 2. und der 4. der aktuellen Tabelle gegenüber. Der Aufsteiger der vergangenen Saison der NSV-Gobnitz empfängt heute den SV Blau-Ganit-Stolpern. Beide Mannschaften haben die bisherigen Partien jeweils für sich entscheiden können. Liebe Sportfreunde, sehr geehrte Gäste, hoffen wir auf ein interessantes und faires Punktspielen mit seelswerten Toren und dass die 3 Punkte natürlich hier im Kursitz bleiben. Der Aufsteiger der NSV-Gobnitz, durch die 3 Punkte nach Kratzen, dann beim Durchschlitz. Rausbleiben! Rausbleiben! Wo sind Sie hier? Wo sind Sie hier? Wo sind Sie hier? Jawoll! 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 Wuhuuu! 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 Rausgehen! 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 Ich vermisse hinter dir! Führer hinter dir! Abseits! Hinten! Jawoll! Jawoll! Gut! 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 Mach du, mach du! Hinten Treffer im Spiel! Stell dir den Spielstand auf 3 zu! Der Vorschützler! Komm! 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 Hey! 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 Das war's für heute. Felix! 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 Ich bin mal richtig! Ich bin voll. Ich bin voll! Okay, ich bin voll! Gettet, Gettet! Ja! 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 6 zu 3. Ich bin Nummer 31. Ich bin voll im Racken. Ja! Wenn du kleine Fehlentscheidungen triffst, abhalt was in der Richtung! Ja! 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 Jawoll! Ja! Ja! Vielen Dank.